Kann's losgehen? Ich heiße Amila Zonoröchanin. Ich bin zehn Jahre alt und spiele beim Verein UTC Mistelbach. Mein Trainer ist Bernd Retta. Und meine Trainerin heißt Nicole Rottmann. Ich spiele einen Babbo-Laut-Booster. Mein Lieblingsschlag ist der Ausschlag. Mein Vorbild ist der Alexander Sverev. Ich gehe in die Neumittelschule in Mistelbach und mein Lieblingsfach ist Mathematik. Apple WhatsApp Piano Time Finale Piano Time